Der Erklärbär Nummer 2 Adventskalender Ein Adventskalender ist ein Kalender, der während der Adventszeit verwendet wird. Er verkürzt die Wartezeit auf das Weihnachtsfest. Die Adventszeit beginnt am vierten Sonntag vor Weihnachten und endet am Heiligabend. Ein Adventskalender besteht in der Regel aus 24 Türchen oder Fenstern. Die Fenster können jeden Tag geöffnet werden, um eine kleine Überraschung zu enthüllen. Die Überraschungen können Schokolade, Süßigkeiten, kleine Spielzeuge oder andere kleine Geschenke sein. Adventskalender gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel als Papierkalender, als Wandkalender oder als elektronischer Kalender. Durch einen Adventskalender kann die Vorfreude auf die Festtage gesteigert werden. Adventskalender sind auch eine gute Möglichkeit, die Zeit bis zum Weihnachtsfest zu verkürzen und die Tage bis dahin zu zählen. Ich wünsche viel Freude mit den täglichen Videos unseres Erklärbären. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.